Hallo, ich bin Michi Cetto von der Rheinland-Zeitung und heute ist großes Finale beim Rheinland-Pfalz-Tag. Der letzte Tag des großen Landesfestes steht vor der Tür. Und heute geht natürlich kein Weg vorbei an dem großen Umzug um 12.45 Uhr mit über 60 Zugnummern und Prominenten aus dem ganzen Land und Menschen von hier. Eine ganze Menge Infos gibt es beim Welterbe-Talk auf der kommunalen Bühne. Da haben sich Bürgermeister von den Great Spa Towns of Europe angemeldet. Natürlich unser eigener Bürgermeister, Stadtbürgermeister Oliver Krügel ist mit von der Partie, aber auch Gäste aus Bad Kissingen und Baden bei Wien, habe ich gehört. Da gibt es sicher eine ganze Menge Expertenwissen und Wichtiges für die Menschen von hier zu wissen zum Welterbe. Wer Kinder hat, der sollte auf jeden Fall auf der SWR-Bühne vorbeischauen, denn da tobt heute der Bär. Und es steppt der Papst mit dem Kika-Tanzalarm. Nehmt euch auf jeden Fall was zu trinken mit für die Kids, denn das wird ganz, ganz heiß. Wer von den Erwachsenen was trinken will, dem kann ich nur eine kühle Weinschorle im schattigen Kurpark empfehlen. Mega, egal zu welchem Weinstand ihr geht, alles ist super. Aber abends haben wir auf jeden Fall noch ein Highlight auf der Landesbühne, denn da ist Max Mutzke hier in Bad Ems und der wird sein neues Album vorstellen und bestimmt noch einige alte coole Hits präsentieren. Untertitelung des ZDF, 2020